Urs Mayer – Zwischenspielfeld und Wirtschaft Eine Lebensgeschichte voller Entscheidungen Urs Mayer teilt seine Erlebnisse als FIFA-Schiedsrichter und Unternehmer und betont die Bedeutung schneller und präziser Entscheidungen. Er erzählt von den Momenten auf dem Fußballplatz, in denen Sekundenbruchteile den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage, Erfolg und Misserfolg ausmachten. Diese Erfahrungen haben ihn geprägt und ihn zu einem Experten für die Kunst der schnellen Entscheidungsfindung gemacht. Doch seine Erfahrungen beschränken sich nicht nur auf den Sport. Als erfolgreicher Unternehmer weiß Urs Mayer, dass auch in der Geschäftswelt schnelle Entscheidungen von großer Bedeutung sind. Er teilt seine Erkenntnisse darüber, wie man in der Wirtschaftswelt kluge Entscheidungen trifft, die den Erfolg fördern. Dabei geht es nicht nur um die Analyse von Daten, sondern auch um Intuition, Mut und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Urs Mayer – von der Schiedsrichterkarriere zur Bühne der Wirtschaft. Seine Erfahrungen auf dem Spielfeld und in der Unternehmenswelt verdeutlichen, wie klare Entscheidungen und Entschlossenheit den Weg zum Triumph bahnen.